Das hier ist ein weiterer Kopfkreis, das ist der Kopfkreis in der Sagittalebene, wird es auch amtlich genannt. Wir sind also hier in dieser Ebene, wo es nach vorne, oben, hinten, unten geht, beziehungsweise andersrum. Nach vorne, unten, hinten, oben. Und ich habe wieder die Prämisse, dass der Kopf sich bewegt und hier ist im Grunde keine Bewegung. Wiederum, wir treffen Entscheidungen.